Heute in dem Video schauen wir uns die neuen Kingston Fury Beasts an mit 6000 MTS CL36. Da werden wir einfach mal gucken, wie es denn so mit der Software ist. Also bedeutet, dass wir zum Beispiel die RAMs regeln können von dem RGB her, denn die haben ja RGB verbaut. Dann werden wir einfach mal schauen, wie denn auch die Temperaturen bzw. wie denn die Verarbeitungsqualität ist und logischerweise, ob wir sie ein bisschen übertakten können, ob wir da zum Beispiel noch ein bisschen an der Latenz was machen können oder ob die komplett schon am Limit laufen. Und ihr dürft auf jeden Fall gerne mal den Like-Button hauen für den Algorithmus. Auch gerne unten rein die Kommentare schreiben, was ihr von den RAMs haltet oder welche ihr zum Beispiel benutzt und auch gerne den Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich muss schon zugeben, Leute, die Kingston Fury Beasts sehen schon verdammt gut aus. Die Schrauben sind sehr schön integriert worden, das RGB hier oben. Das werden wir uns dann später nochmal anschauen, aber das wird auf jeden Fall auch mega aussehen. Alleine schon die Schrift hier, die ist so ein bisschen angeraut, das Muster hier neben. Wir haben die Wärmeleitpads auf beiden Seiten, das ist schon mal gut. Und ja, der Kühler ist zwar nicht ultimativ der dickste, ich bin mal gespannt, wie da die Temperaturen sein werden. Vor allem eventuell, ob wir hier noch Overclock mäßig was rausholen können oder ob das schon das Ende der Fahnenstange ist. Aber trotzdem Design mäßig gefallen sie mir sehr gut und ihr sagt es mir mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. So, die Arbeitsspeicher sind ja jetzt eingebaut, funktionieren soweit ganz gut. Aber was müssen wir denn jetzt im Endeffekt dann machen, bevor wir den PC dann starten? Beziehungsweise ihr müsst immer beachten, es kann auch möglich sein, dass es mal ein bisschen länger dauert, bis euer Mainboard die Arbeitsspeicher erkennt und dann auch hochfährt. Oder dass er zumindest mal ein, zwei Mal neu startet. Bei den neuen Mainboards zum Beispiel hier, zum Beispiel auch bei Intel und bei AMD kann das schon mal länger dauern, auch teilweise eine Minute oder zwei, bis er da überhaupt mal vorankommt. Ihr habt es zum Beispiel jetzt gerade gesehen, das ist das MSI-BIOS hier auf der neuesten Version. Ihr könnt hier im Menü, könnt ihr automatisch das XMP oder das Expo-Profil, je nachdem für AMD ist es zum Beispiel XMP und für Intel ist es das Expo-Profil hier einfach laden, wenn ihr da drauf klickt. Ansonsten, falls ihr diese Option so nicht habt oder generell irgendwie, könnt ihr einfach auch in das Advanced-Menü reingehen. In meinem Fall hier zum Beispiel, dann könnt ihr hier auf Overclock gehen und da habt ihr dann die ganzen Funktionen, beziehungsweise die Auswahlmöglichkeiten, was ihr denn überhaupt alles machen könnt bei dem Arbeitsspeicher. Ich habe hier schon das Expo-Profil geladen, das wird ohne Probleme erkannt. Wir haben hier übrigens zwei Expo-Profile, das heißt eins mit 5600 MTS, das ist ein bisschen langsamer, falls das erste hier nicht funktionieren sollte und ansonsten das erste Profil hier mit 6000 MTS, also 6000 MHz. Ansonsten, was können wir noch machen? Es gibt die Möglichkeit über die Memory-Tried-Funktion verschiedene voreingestellte Profile quasi zu laden und zu gucken, ob die Arbeitsspeicher damit zurechtkommen, beziehungsweise ob ihr sie übertakten könnt. Da würde ich aber erstmal die Finger davon lassen, zumindest ist es im MSI-Bio so, da werden wir trotzdem aber noch gleich dazu kommen. Ansonsten gibt es hier noch die Memory-Extension-Mode, da könnt ihr zum Beispiel mal ausprobieren, den Performance-Modus einzustellen. Das kann möglich sein, dass der hier einiges noch ein bisschen bringt, damit ihr zum Beispiel hier ein bisschen mehr Performance habt, zumindest auch in den Latenzen. Ansonsten könnt ihr hier noch reingehen und könnt euch selbst mal die ganzen Latenzen hier anschauen und eventuell, wenn ihr Bock drauf habt, hier ein bisschen rumprobieren und sagen, hey, ich möchte jetzt gerne Start 36 CL, möchte ich hier einfach mal 34 einstellen und einfach mal testen, ob das soweit funktioniert. Das werden wir später aber noch machen, beziehungsweise wir booten das ganze System jetzt einfach mal und dann schauen wir uns erstmal die Standardwerte an mit dem Expo-Profil, was wir denn hier mehr oder weniger rausholen können und dann werden wir das ganze System optimieren, beziehungsweise wenn wir dann einfach mal schauen mit den Temperaturen und auch mit dem Übertakten, ob das alles soweit hinhaut. So, hier im Windows sehen wir, dass alles optimal geladen worden ist. Wir haben die 6000 MHz beziehungsweise MTS mit CL 36 und die ganzen Sub-Timings. Wenn es noch irgendjemand interessieren sollte, hier zum Beispiel sehen wir noch verschiedene Informationen, SK Hynix und so weiter und so fort, auch mit den ganzen DICE. Dann gibt es natürlich noch ein Programm wie das MSI Dragon Ball hier. Da kann man tatsächlich die ganzen Timings während dem Betrieb ändern, beziehungsweise man kann hier auch die ganzen Sub-Timings auslesen, was zum Beispiel bei AMD mit 10 Timings möglich ist. Das ist auch ein Programm, dann sehen wir die ganzen Spannungen und hast du nicht gesehen. Also hier ist wirklich alles hinterlegt, was man so braucht. Das ist relativ nützlich, also wenn es irgendjemand braucht oder so, googelt einfach mal danach, MSI Dragon Ball, dann werdet ihr fündig. Ansonsten von den Temperaturen, wir haben aktuell keinen Airflow in meinem PC, beziehungsweise wir haben 30 Grad bei mir hier, dementsprechend sind die jetzt schön bei 41,5 und 43,3 Grad hier. Was jetzt nicht wirklich tragisch ist oder sonst irgendwas, vor allem im Gaming oder wenn ihr irgendwas arbeitet und noch Airflow habt, sollte das kein Problem sein. Aber wir werden trotzdem mal schauen, wenn wir die unter IDA64 hier stressen und gucken dann einfach mal, wo die Temperaturen sich dann einpendeln. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, machen wir das Ganze erstmal alles zu. Und dann machen wir erstmal hier so einen Benchmark und lassen das ganze Ding einfach mal durchlaufen. Und da bin ich mal gespannt, was wir hier rausbekommen, beziehungsweise danach werden wir das Ganze noch ein bisschen optimieren. Und ja, im Endeffekt noch ein bisschen overclocken und schauen, was wir rausholen können. So, wie ihr sehen könnt, haben wir hier die Standardwerte. Das sind knapp 90.000 an Lesen, Schreiben 86.000 und Kopieren 87.000 mit einer Latenz von 71 Nanosekunden. Das ist relativ okay, ist jetzt nicht unbedingt die Welt, aber ist ganz okay. Das heißt, wir werden jetzt mal hingehen und werden einfach mal schauen, wenn wir ein bisschen was optimieren, beziehungsweise verschiedene Modis einstellen und auch übertrakten, was wir hier rausholen können bei denen noch. Weil ansonsten, wie gesagt, sind das schon relativ gute Werte. Aber es geht natürlich immer noch besser und desto niedriger die Latenz ist, desto besser ist es für die minimale und auch teilweise für die maximale FPS. So, nachdem wir uns das Ganze jetzt mit dem Standard angeschaut haben, werden wir jetzt einfach mal die Memory Triad Funktion hier benutzen und einfach mal ausprobieren, ob wir denn überhaupt mit den Arbeitsspeichern ein bisschen Overclock Potenzial haben oder ob das eher so ein bisschen so mehr ist, dass wir hier gar nichts machen können. Das heißt, wir probieren einfach mal 6400 MTS aus mit CL36, übernehmen das Ganze und gehen dann einfach mit F10 hier speichern, übernehmen, machen hier einfach mal OK und dann werden wir sehen, beziehungsweise überhaupt was sehen. Ihr seht jetzt gerade hier die netten Farbschemen hier auf dem Bildschirm, beziehungsweise ob hier gleich was auftauchen wird und ob das System dann auch bootet ganz normal und ob er das auch übernommen hat. Am besten können wir da einfach hingehen und warten, wenn er das jetzt soweit gemacht hat, damit wir dann einfach hier ins BIOS kurz mal reingehen und nochmal nachschauen. Aber das kann ein bisschen dauern, das heißt, ich werde das für euch jetzt skippen. So, das Ganze hat jetzt scheinbar funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt 6400 MTS und CL36, beziehungsweise ihr müsst ein bisschen darauf achten, der ändert dann automatisch hier zum Beispiel auch gewisse Spannungen, wenn es denn nötig ist, damit die Arbeitsspeicher ja im Endeffekt richtig funktionieren bei der Memory Triad Funktion. Das heißt, falls ihr irgendwelche Temperaturprobleme haben solltet oder sonst irgendwas, dann lasst auf jeden Fall da die Finger davon, lasst die einfach auf den normalen XMP beziehungsweise Expo Profilen laufen und ja, schaut dann im Endeffekt, was dabei herauskommt. Hier sehen auch hier wieder im Windows angekommen, damit die Werte soweit alle übernommen worden sind. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach mal den Memory Benchmark wieder von IDA64, lassen das Ganze hier durchlaufen und dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ich bin ja mal gespannt. So, hier sehen wir den Vergleich mit 6000 MTS zu 6400 MTS mit CL36. Wir sehen, dass sich hier bei Lesen beziehungsweise beim Schreiben einiges getan hat. Wir haben teilweise hier 10 GB dazu bekommen, beziehungsweise sogar hier fast 14 GB beim Schreiben und beim Kopieren ist es ähnlich. Da haben wir auch ordentlich zugelegt. Also wir liegen hier fast bei, ja, fast 100.000 Mbit pro Sekunde. Was ich auf jeden Fall richtig cool finde, ist, wir haben Latenzen, haben wir 8, 9 Millisekunden, äh, Nanosekunden, Millisekunden wäre ein bisschen lang, Nanosekunden hier eingespart. Aber wir sehen tatsächlich auch, dass der Level 3 Cache hier von 13,3 Nanosekunden auf 14,5 Nanosekunden hochgegangen ist. Das bedeutet meistens, damit das Ganze nicht hundertprozentig stabil läuft. Das heißt, wenn ihr sowas macht mit dem Übertakten, beziehungsweise von den Arbeitsspeichern, müsst ihr das logischerweise hier zum Beispiel mit einem Programm wie Testmem 5 zum Beispiel und so verschiedene Sachen einfach ausprobieren und auf Stabilität testen, ja. Wohl ansonsten werdet ihr wahrscheinlich Fehler produzieren und dann werdet ihr merken, dass die ganze Werte hier entweder nach oben gehen, beziehungsweise auch nicht wirklich stabil läuft oder ihr auch Windows-Fehler bekommt. Das heißt, wir booten jetzt nochmal ins Windows runter, beziehungsweise ins BIOS und schauen uns da nochmal an, ob wir hier noch ein bisschen was optimieren können, ob wir vielleicht sogar noch ein bisschen höher kommen mit den Arbeitsspeichern, bevor das ganze System hier abschmiert. Wie gesagt, das sind aber alles jetzt nur kurze Optimierungen. Ihr müsst bei euch zu Hause selbst schauen mit eurer CPU in Kombination mit euren Arbeitsspeichern und Mainboard, je nachdem, was für eine BIOS-Version ihr habt und so weiter und so fort, ob beziehungsweise die Arbeitsspeicher stabil laufen. Das heißt nicht, wenn die jetzt bei mir stabil laufen, damit die bei euch dann zum Beispiel zu Hause auch stabil laufen. Das ist immer unterschiedlich. So, zu guter Letzt habe ich hier nochmal 7000 MTS hier mit CL40 und noch ein bisschen angezogenen Subtimings und wie man sieht, haben wir auch nochmal ordentlich was rausholen können. Also wir liegen hier schon bei fast 101 GB pro Sekunde, 107 GB pro Sekunden, beziehungsweise und 104 bei Kopieren. Bei der Latenz sind wir nochmal auf 60,5 Nanosekunden runter und das ist schon relativ ordentlich. Ob das Ganze jetzt 100%ig stabil läuft, kann ich euch so nicht sagen. Ja, da müsste ich jetzt Stabilitätstests durchführen und so weiter und so fort. Natürlich ist das immer so ein Thema für sich. Das sollte man auf jeden Fall machen. Aber ansonsten, wenn das System relativ gut läuft, beziehungsweise ihr jetzt Gamestockt und es nicht abstürzt oder irgendwelche Daten kopiert werden oder irgendwie zum Beispiel beim Hochfahren, ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel hochfahrt und dann irgendwelche Programme neu eingestellt werden müssen und lauter solche Sachen, dann könnt ihr eigentlich davon ausgehen, damit es hier nicht stabil läuft. Jetzt schauen wir uns aber nochmal ganz kurz die 6000 MTS an, ja, beziehungsweise das Expo-Profil und da sehen wir schon den krassen Unterschied. Wenn wir uns jetzt hier mal angucken, ja, mit 71 Nanosekunden. Wir haben hier so gute wie 10 Nanosekunden eingespart von der Latenz her und beim Lesen, Schreiben und Kopieren haben wir ordentlich was rausholen können. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel auch nur sagen würden, 6400 MTS wären hier noch stabil mit CL36, hätten wir trotzdem noch wesentlich bessere Werte. Also das kann sich definitiv sehen lassen bei den Arbeitsspeichern. Das ist schon richtig gut. So, da, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach nochmal die Temperaturen an. Ohne Airflow, wie gesagt, mit 30 Grad hier im Zimmer und lassen das Ganze einfach mit AIDA64 hier mal stressen. Die sind nicht übertaktet, nicht optimiert, also das heißt, die laufen out of the box so. Das bedeutet, wenn ihr die zu Hause habt, werdet ihr ähnliche Temperaturen haben beziehungsweise wahrscheinlich kühlere Temperaturen, weil wenn ihr noch Airflow im PC habt, wird sich das positiv dafür auswirken. Deswegen würde ich sagen, starten wir doch das Ganze jetzt einfach mal und dann sehen wir uns in circa 5 bis 10 Minuten wieder. Das spiegelt übrigens kein Gaming wieder oder generell, das ist halt einfach eine extreme Last, die hier bei den Arbeitsspeichern anliegt und deswegen bin ich mal gespannt bei 1,35 Volt, wo wir dann am Ende landen werden, nach 10 Minuten ungefähr. Bevor wir jetzt die Arbeitsspeicher hier weiter stressen, werde ich das jetzt hier beenden, beziehungsweise denn wir haben 61,5 Grad erreicht und 64 Grad auf dem einen Riegel. Das ist schon hoch, aber man muss auch bedenken, damit hier absolut, wie gesagt, kein Airflow in meinem PC ist und dementsprechend das unter Dauerlass bei IDA64 ist doch schon sehr, sehr stressend für die RAMs. Dementsprechend, wie gesagt, werdet ihr solche Temperaturen niemals im normalen Betrieb sehen, aber das sind trotzdem noch Werte, wo ich sagen muss, das ist relativ okay. Ja, wir haben hier, wie gesagt, 2 bis 3 Watt Verbrauch. Ja, das ist auch meiner Meinung nach vollkommen ausreichend. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir uns doch mal die RGB-Beleuchtung an, beziehungsweise ich zeige euch ein paar Modis, wie die Arbeitsspeicher denn auch aussehen. Nicht nur, dass sie gute Werte hier liefern, sondern dass sie auch richtig gut aussehen können im PC. Die Beleuchtung von den Arbeitsspeichern, die ist auf jeden Fall schon mal richtig schön. Man sieht hier zum Beispiel gerade den Regenbogeneffekt, der hier schön entlangläuft. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Modis, das werde ich euch gleich auch noch zeigen, beziehungsweise ich zeige euch auch Mystic Light, damit die Arbeitsspeicher hier auch ohne Probleme erkannt werden. Und das Ganze könnt ihr übrigens hier über Mystic Light steuern. Hier gibt es jede Menge Auswahlmöglichkeiten, wo wir hier reinmachen können. Also gibt es richtig coole Teile. Er richtet sich teilweise auch nach den Rams, die ihr verbaut habt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwie, ich habe hier auch schon Kingbang drin gehabt und die hatten hier andere Auswahlmöglichkeiten. Ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung, ob der das automatisch auf die Rams bezieht, dass sie das überhaupt können oder ob der so Standard drin hat. Aber ihr seht es ja hier, die Kingston Fury Beasts werden angezeigt und dementsprechend können wir da verschiedene jetzt reinmachen. Ich denke, wir machen jetzt einfach mal hier so ein paar durch und ich zeige das euch unten dann gleich direkt im PC. So, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Prisma rein. Da bin ich mal gespannt, was das denn überhaupt ist. Und dann gucken wir es uns direkt hier unten an im PC. So, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Es ist relativ dunkel gerade hier in meinem Zimmer und das ist der Prisma-Effekt. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Ja, sieht eigentlich relativ cool aus. Der wechselt auch so ein bisschen die Farben. So, dann haben wir jetzt mal den Regentropfen-Effekt. Und der gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig gut. Ist zwar ein bisschen arg schneller eingestellt, meiner Meinung nach, ein bisschen langsamer, da wäre es schön gemütlich. Und ja, und das hier ist auch richtig cool. Das ist der Wind-Effekt, wie ihr gerade seht. Da läuft es von unten nach oben. Also der Effekt mit Lichtgeschwindigkeit, der ist ja auch mal mega geil. Der ist halt absolut komplett von Lichtgeschwindigkeit Welten entfernt, wie man sieht. Einfach mega langsam. Das hat auch irgendwas. Das ist Spannung, also der Effekt Spannung. Das ist ja mal witzig gemacht irgendwie. Keine Ahnung, auf was sich das bezieht eventuell. Ob das Spannung vom Strom, wenn es da durchfließt, irgendwie abgeleitet wird oder generell einfach nur so heiß. Kann ich euch nicht sagen. Aber es gefällt mir relativ gut. Also wir gehen jetzt nicht jeden Effekt durch. Also jetzt war jetzt mal so ein paar Stück davon. Aber das sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Die Ausleuchtung ist auch wirklich sehr, sehr schön für den Arbeitsspeichern. Bevor wir jetzt tatsächlich zum Ende kommen, beziehungsweise zu meinem Fazit, habe ich mir überlegt, ich mache tatsächlich nochmal einen Spieletest mit rein und habe einfach mal das XMP wieder entladen, sozusagen also wieder auf Werksanstellung zurückgesetzt. Und wir haben jetzt aktuell CL40 mit 4.800 MHz, beziehungsweise wie gesagt immer MTS, also Megatransfer, die Daten übertragen werden. Und dementsprechend bin ich jetzt mal gespannt. Wir werden das Ganze hier im Epic Games Launcher mit dem Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, werden wir das testen mit dem integrierten Benchmark. Das heißt, wir werden das Ganze jetzt einfach hier mal starten und dann schauen wir uns mal den Benchmark an, wie viel FPS wir tatsächlich durch die verschiedenen Overclocking beziehungsweise Profile hier bekommen. Wir sind hier übrigens in Full HD und wir haben hier die niedrigsten oder niedrigen Einstellungen, habe ich hier geladen bei dem Spiel. Raytracing ist logischerweise hier aus. Ihr könnt es euch gleich nochmal ganz kurz angucken. Und zwar, das sind die Einstellungen, ja genau, niedrig und so weiter und so fort. Also hier ist wirklich alles auch. Auch DLSS hier ist zum Beispiel ausgeschaltet, also da ist gar nichts an. Das bedeutet, wir machen jetzt einfach mal hier den Benchmark und lassen das Ding mal durchlaufen. Ich bin tatsächlich, wie gesagt, gespannt, ob wir hier wie viel oder wie viel mehr FPS wir herausbekommen. Es kommt immer auf das Spiel drauf an, Leute. Manche skalieren gar nicht damit und manche skalieren halt, ja, umso mehr halt, also quasi damit. Wie gesagt, das kommt immer auf das Spiel drauf an, CPU, Mainboard, Kombination. Also das dürft ihr auch nicht vergessen. Ja, der Test ist jetzt durchgelaufen. Ihr seht es ja hier, wir haben im Durchschnitt 224 Bilder pro Sekunde. Das ist schon relativ ordentlich, aber ich habe jetzt auch schon ein paar Durchläufe gemacht, wenn ich ehrlich bin, mit 4800 MHz, 6000 und 6800 MHz. Also das 224, das kommt ungefähr hin. Ich habe drei Hands gemacht, also 225, 24 und 227. Also das liegt genau drin und ist auch relativ okay. Das heißt, wir booten das ganze System jetzt mal neu und machen das mal mit 6000, also mit dem Standard XMP-Profil. Das Expo-Profil ist jetzt geladen, wie ihr sehen könnt. Also auch hier funktioniert wieder alles wunderbar mit CL36. Das System ist übrigens der 14600K auf 5,5 GHz auf dem P-Kern und auf 4,4 GHz auf den E-Kern übertaktet, beziehungsweise ein bisschen undervoltet. Und das Mainboard ist das Mac Z790 Tomahawk Y4 Mainboard auf der neuesten BIOS-Version, nur dass ihr Bescheid wisst. Und die Grafikkarte ist übrigens auch die 3070, die leicht undervoltet wurde von mir, beziehungsweise ein bisschen übertaktet. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder rein, starten wieder das Ganze, wie auch eben schon gehabt, Shadow of the Tomb Raider und dann lassen wir auch hier den Benchmark wieder durchlaufen und lassen uns überraschen, was rauskommt am Ende. Und logischerweise auch hier wieder die gleichen Einstellungen. Benchmark starten, let's go. So, der Test hier ist auch durchgelaufen, wie ihr seht. Und ja, was soll ich sagen, 230 Bildern pro Sekunde im Durchschnitt. Das ist schon ein ordentlicher Zuwachs von 223, 24 und so weiter. Je nachdem, also das hat schon einiges gebracht, nur das XMP-Profil hier zu laden. Das heißt, wir machen jetzt nochmal die Übertaktung rein und dann bin ich mal gespannt, ob wir das hier noch ein bisschen optimieren können. Auch hier sehen wir, dass die 6800 MTS ohne Probleme geladen worden sind mit CL36. Das ist schon einiges, was wir hier rausholen konnten mit dem Overclock. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach auch hier wieder Shadow of the Tomb Raider und schauen uns an, was wir hier eventuell FPS-basisch boosten können. Gehen wir jetzt einfach mal hin, starten den Epic Games Launcher wieder und starten auch hier wieder Shadow of the Tomb Raider und starten dann wie immer den Benchmark und lassen uns dann einfach mal überraschen, was am Ende rauskommt. Auch der letzte und dritte Run ist jetzt soweit fertig. Wir haben 232 Bilder pro Sekunde, also nochmal zwei Bilder pro Sekunde im Durchschnitt mehr im Gegensatz zu vorher und das ist auch schon mal noch eine relativ gute Steigerung meiner Meinung nach. Also können wir durchweg sagen, damit der Hammer Overclocking beziehungsweise auch die strafferen Latenzen hier schon einiges bringen können. In dem Fall sind es knapp 4% gewesen, was wir an Zuwachs hatten, nur in dem Spiel Shadow of the Tomb Raider. Natürlich wirkt sich das auch auf andere Games aus oder kann sich auswirken, aber wie gesagt, das kommt immer auf das Spiel persönlich drauf an, was ihr da im Endeffekt für ein Game habt. Ist es neueres, ist es ein älteres, wie ist es programmiert und so weiter und so fort. Ich habe gedacht, ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz, was für 24-7-Settings ich jetzt hier benutze und zwar 6800 MHz beziehungsweise MTS, weil die meisten kennen das ja nur unter MHz, laufen bei mir stabil. Ich habe erstmal die Memory Triad-Funktion benutzt mit CL38, bin dann aber runter auf CL36, läuft bei mir mehrere Stunden ohne Probleme im Mem-Test. Ihr müsst aber wie gesagt darauf achten, ob ihr Airflow im PC habt und auch wegen der Temperaturen, nicht, dass ihr euch dann die Arbeitsspeicher beziehungsweise kaputt macht und ab einer gewissen Temperatur, ich glaube 50 oder 60 Grad waren es, produzieren die Arbeitsspeicher so und so Fehler, beziehungsweise kann gut möglich sein, dass sie Fehler produzieren. Da hat der AID-Bauer auch mal was getestet, also solltet ihr wie gesagt ein bisschen drauf achten und ja, das war es dann auch. Dann würde ich schon mal sagen, kommen wir jetzt einfach mal zu der Bewertung von den Kingston 4WBs. Erstens mal haben wir wirklich eine super Verarbeitungsqualität, sie sehen auch wirklich gut aus, preis-leistungsmäßig liegen sie auch verdammt gut, ja, das sind ja 64 GB bei mir. Ansonsten, wir haben 6000 MTS mit CL36, wir können sie noch ein bisschen übertakten, also was will man eigentlich mehr? Für AMD-Nutzer genauso wie auch für Intel-Nutzer sind die Arbeitsspeicher perfekt, wenn man so einen Sweet-Spot quasi möchte, ja, zwischen Qualität, sagen wir mal und Quantität, was es da draußen ja auf dem Markt gibt. Man hat RGB dabei, wir haben eine saubere Kühlung, ja, also das bedeutet mit Airflow solltet ihr temperaturmäßig keine Probleme haben und wie gesagt, Overclock-mäßig und so weiter und so fort, falls jemand darauf Bock hat, kann er natürlich auch noch ein bisschen damit rumspielen, also es geht noch ein bisschen was, auch wenn es nicht so extrem viel ist, ja, wie zum Beispiel bei den Kingbang-Arbeitsspeichern, aber im groben Ganzen sind ja auch die A-Heinig-Dice verbaut, also das ist auch schon mal richtig gut, alle qualitativ sehr hochwertig. Deswegen gibt es für mich eigentlich, wenn ihr die Arbeitsspeicher kaufen wollt, beziehungsweise günstig bekommt, könnt ihr sie euch auf jeden Fall gönnen. Hier habt ihr das Video dazu, da seht ihr, was ihr so ein bisschen machen könnt mit den Arbeitsspeichern und in diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen, damit wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.